Hallo und willkommen bei tooltime.de, eurem IT-Kanal im Internet. Toll, dass ihr das Video angeklickt habt. Hier in diesem Video habe ich wieder meinen S-Com PC. Das ist ja ein PC von 1995. Den hatte ich ja schon in einem anderen Video vorgestellt. Video blende ich hier oben mal ein. Das ist ein Pentium-PC. Da ist ein Monitor dabei gewesen, eine Maus, Tastatur, alles original 1995. Und in einem anderen Video hatte ich ja gezeigt, was der kann, was der so alles hat. Aber den hatte ich nicht aufgeschraubt. Und jetzt schraube ich den Rechner mal auf. Guck mal, was da alles innen drin ist und baute auch eine Soundkarte ein. Der Rechner, der wurde 1995 ja für über 4000 DM verkauft, so wie das hier zu sehen ist. Und da war bei dem Preis noch nicht mal eine Soundkarte dabei. Die musste man damals extra kaufen. Ist auch bis heute keine eingebaut worden in den letzten 23 Jahren. Und das hole ich jetzt mal nach. Ich schraube jetzt gleich mal den Rechner auf. Guck mal, wie das da innen drin so aussieht. Ob der auch okay ist, ob die BIOS-Batterie eventuell ausgelaufen ist, baue eine Soundkarte ein. Ich habe den Rechner zwischenzeitlich auch mal richtig sauber gemacht. Von außen aufgeschraubt, wie gesagt, habe ich den noch nicht. Das ganze Gehäuse mal gereinigt. Hier mit Wasserreinigungsmitteln, ein bisschen Silikonentferner, damit diese schwarzen Flecke auch weggehen. Den Monitor, den hatte ich auch sauber gemacht. Das gleiche auch hier für die Maus. Und was ich noch nicht sauber gemacht habe, ist die Tastatur. Und da zeige ich mal gerade, wie man so eine Tastatur sehr einfach, sehr gut sauber bekommt. Bei solchen Tastaturen, da sammelt sich immer ziemlich viel Dreck und Schmutz an. Da will man auch nicht immer so genau wissen, was das alles hier genau ist oder gewesen ist. Das ist jetzt eine helle Tastatur, aber das gibt es natürlich auch bei Notebooks. Da hat man eine dunkle Tastatur oder so eine gräuliche Tastatur. Da ist es manchmal ganz besonders eklig und da habe ich ja jede Menge Notebooks auseinandergeschraubt. Und teilweise sind die Tastaturen so eklig, da muss man das vorher mal sauber machen, damit man da überhaupt sich herangetraut hat. Hier an dieser 23 Jahre alten Tastatur habe ich jetzt noch nichts sauber gemacht. Und so wie das aussieht, hat der Vorgänger da leider auch nichts dran sauber gemacht. Und ich mache das immer so, dass ich so ein paar Küchentücher nehme und lege die hier so drüber. Mal gucken, ob da zwei reichen, na zwei reichen da auch. Sieht dann so aus. Und dann nehme ich so einen normalen Fensterreiniger und dann sprüht man das hier drauf. Lieber ein bisschen zu viel als zu wenig, dass das Tuch richtig feucht ist, überall. Und so kann man eigentlich sicher sein, dass da keine Flüssigkeit in die Tastatur reinläuft. Das wird alles hier von dem Tuch so aufgesogen. Und jetzt sieht man schon die Tasten unten drunter. Jetzt wird das so ein bisschen durchsichtig. Und dann kann man das hier jetzt ganz prima andrücken, sodass das Tuch hier mit der Flüssigkeit an die Tasten kommt. Und so lässt man das einfach mal 10 Minuten, 15 Minuten liegen. Jetzt sind ungefähr so 15, 20 Minuten rum. Und das Ganze hat hier ganz gut eingewirkt. Da kann man zwischendrin immer noch mal so draufdrücken, damit auch dieses feuchte Tuch hier Kontakt bekommt. Und jetzt nehme ich das mal ab. Und da sieht man auch schon, dass in dem Tuch ganz schön viel Siffe drin hängt. Und alles hier oben auf der Tastatur, dieser ganze Schmutz, der ist wunderbar aufgeweicht. Und da kann man jetzt einfach mit dem Tuch drüber gehen und kann den ganz prima abmachen. Da gehen auch diese Flecke weg, vielleicht irgendwie Kaffeeflecke oder sowas. Und der gesamte Schmutz, der hier jetzt drauf ist, den kann man einfach ganz leicht hier so abziehen. In die Zwischenräume muss man eben noch mal mit einem Tuch gehen. Und dann kriegt man das auch ganz gut wieder sauber. Ganz klar, so vergilbte Tasten hier rechts zum Beispiel, diese Tasten, die sind richtig vergilbt, die kriegt man damit auch nicht wieder hell. Vergilben ist ein anderes Problem. Das ist ja kein Schmutz, sondern das ist eine Reaktion von dem Plastik. Aber generell funktioniert das sehr gut, vor allem auch bei Notebook-Tastaturen. Dann braucht man die Tastatur nicht ausbauen. Und da besteht eigentlich auch keine Gefahr für das Notebook, dass da was innen reinläuft, wenn man hier so ein Tuch drüber legt und das ein bisschen feucht sprüht, ein bisschen einwirken lässt und dann wieder sauber macht. Hier habe ich jetzt meinen Big Tower. Diese Big Tower, die hatten in vielen Fällen, meines Erachtens in allermeisten Fällen, so ein Metallgehäuse, was u-förmig geprägt war, was so gebogen war. Und das ist auch hier so der Fall. Also diese Seite hier geht nahtlos über nach oben und kommt dann hier hinten wieder runter. Festgeschraubt waren die meistens hier hinten mit mehreren Schrauben. Und das ist ein ganz seltenes Gehäuse, was so ein Plastikdeckel hat. Das hat man nicht so oft gehabt, zumal diese Plastikdeckel natürlich auch im Laufe der Zeit irgendwann mal bei den meisten abgemacht wurden. Und dann wurden die in die Ecke gestellt und dann sind die irgendwann mal verloren gegangen, wenn man da irgendwas aufgerüstet hat. Das ist hier zum Glück nicht der Fall. Das ist einfach nur aufgesteckt. Das kann man einfach so abziehen und nebenhin stellen. Da sieht man dann hier eins, zwei, drei, vier Schrauben. Komischerweise hier fehlt eine und da fehlt eine. Und ich vermute mal, dass die von Escom nicht reingeschraubt wurden vor 23 Jahren. Aber das sieht nicht so aus, als hätte da einer was aufgerüstet. Aber ich schraube es immer auf und gucke mal rein. Hier noch ein schönes Detail. Das ist der Originalaufkleber von Escom von 1995. Der Typenaufkleber. Modell ET575 PCI 540-8. Das bedeutet wohl hier 8 MB RAM, 540 MB Festplatte. PCI hat er scheinbar auch schon. Das werden wir ja gleich sehen. Dann hat es hier ein 75 MHz Pentium. Und dieses ET5 steht vielleicht für Escom Tower. Das weiß ich jetzt auch nicht so genau. Und hier oben ist noch ein Siegel drauf. Das ist aber unten drunter geklebt. Und ich nehme das Gehäuse hier mal ab. Da noch die letzte Schraube rausschrauben. Und dann kann man den Deckel hier so abnehmen. Das geht wunderbar einfach. So sieht das dann jetzt hier ohne Deckel aus. Das hier oben, das Siegel, das haben die einfach hier auf das Gehäuse drauf geklebt. Das gehört natürlich normalerweise über den Deckel zur Hälfte und zur Hälfte auf das Gehäuse. Und jetzt hat man hier einen Original Einblick in einen Rechner von 1995, der meines Erachtens, so wie das aussieht, seitdem auch noch nie aufgeschraubt wurde. Das ist jetzt der obere Teil von dem Rechner. Hier ist dann das Netzteil, auch mit Aufkleber ES518 und so weiter. Steht dann nur für Escom. Hier das Kabel, dieses schwarze, ist ein 230-Volt-Kabel. Das Netzteil, das wird ja vorne über diesen grünen Schalter geschaltet. Das wird ein- und ausgeschaltet. Also das ist nie im Standby. Wenn man den Rechner ausschaltet, ist auch der Rechner komplett aus. Das Netzteil auch nicht im Standby, wie das bei ATX ja der Fall ist. Und hier muss man halt aufpassen, wenn man so einen alten Rechner hat. Da sind 230 Volt drauf, wenn hinten der Stecker drinsteckt. Und hier kommen dann die ganz normalen Kabel dann für das Mainboard und für die Laufwerke aus dem Netzteil. Das ist also jetzt der untere Teil des Rechners. Und da sieht man noch den original 23 Jahre alten Staub. Den mache ich gleich mal weg. Das hier ist jetzt kein eingetrockneter Regenwurm, sondern das ist ein Gummi, so ein Schreibwarengummi, wie man den aus dem Schreibwarenhandel kennt. Die waren manchmal hier um die Kabel drum. Die halten aber nur ein paar Jahre und dann trocknen die einen, fallen runter. Findet man ziemlich oft in solchen Rechnern drin. Da hat es dann hier den Prozessor mit dem Kühler. Der ist winzig klein und größer brauchte der damals auch nicht sein. Und hier unten gibt es noch ISA-Steckplätze. Hier oben dann PCI-Steckplätze. Ein sehr aufgeräumtes Mainboard. Hier nochmal aus einer anderen Perspektive. Da hat es dann hier unten vier ISA-Steckplätze, die schwarzen. Und oben drüber dreimal PCI 1, 2 und 3. Hier in dem einen steckt die Grafikkarte ja schon drin. Dann ist das hier das Anschlusskabel für die Festplatte und für das CD-ROM-Laufwerk. Das müsste so sein, ja. Unten drunter hat man nochmal einen Stecker, einen 40-poligen für ein Laufwerk. Und hier sind dann die Anschlüsse für die Schnittstellen. Da fällt auch nochmal was ab. Und diese Anschlüsse gehen direkt on board. Es gab früher auch nochmal Rechner im 1994, 1993 und so weiter. Da war das eine eigene Karte. Die steckt hier unten im ISA-Slot drin. Hier oben hat es dann parallel. Hier sind zwei RAM-Module drin. Dann zweimal vier Megabyte müssten das ja sein. Und hier drüben, wie gesagt, den Pentium mit dem kleinen Lüfter. Board sieht sehr gut aus. Die Kondensatoren, die sehen noch sehr gut aus. Die sind auch irgendwie nicht aufgequollen oder ähnliches. Und das ist wirklich in einem guten Zustand. Und ich gucke mal nach der Batterie. Die Batterie, die CMOS-Batterie, das ist tatsächlich hier in der Knopfzelle. Ich vermute mal eine 2032. Das hatte ich eben bei dem Video in der Sequenz gar nicht gesehen, weil das Kabel so ein bisschen davor war. Das hat man nur im Video gesehen. Und ich hoffe mal, ich kriege die da gut raus, weil auch altes Plastik wird spröde. Nicht, dass da hier der Halter kaputt geht. Und da ist sie dann. Mal gucken, was das für eine ist. Das ist eine 2032, wie man die heute in Rechnern auch noch drin hat. Also dieses Board war eigentlich für 1995, wird ja wahrscheinlich 1994 hergestellt. Wirklich schon sehr fortschrittlich. In einem anderen Video auf meinem Kanal findet ihr hier drüben und den Link, den blende ich oben auch ein. Da hatte ich ja auch schon mal einen alten S-Com-Rechner gekauft. Das war so ein Mini-Tower gewesen. Da war ein Mainboard drin mit einem Pentium 120. Also sogar noch mal schneller als dieser. Eigentlich sollte man meinen auch neuer. Da war ja dieser sogenannte Dallas-Chip drin. Das ist also keine Knopfzelle, sondern da ist die Batterie oder der Akku dann in diesem Chip verbaut. Die können auch teilweise auslaufen. Eine ganz unschöne Sache. Und hier bei dem Board ist der Cache für den Prozessor, sieht man hier oben. Auch nicht mehr gesteckt, sondern der ist irgendwo hier integriert. Und das ist bei dem alten Board oder bei dem anderen Board, was ich da gezeigt hatte, nicht der Fall. Also hier hat man wirklich schon eine gute Qualität gekriegt. Den Rechner habe ich jetzt mal richtig sauber gemacht. Mit dem Staubsauger und mit dem Pinsel. Dann noch mal mit einem Tuch hier unten durch, damit das ein bisschen sauberer wird. Und hier ist zum Glück nichts verrostet, wie bei dem anderen Rechner, den ich in dem Video gezeigt hatte. Da war jede Menge Rost unten drin. Und jetzt gucke ich mir hier mal den Kühler an, also die CPU. Da schraube ich mal ganz vorsichtig den Ventilator hier raus. Manche dieser Metallkühler, die sind reingeklipst. Da gibt es also einen Metallbügel. Kann hier aber keinen entdecken. Kann natürlich auch sein, dass die den damals bei S-Com, also den Kühler, auf den Prozessor draufgeklebt haben. Und da sieht man schon mal, man sollte auf jeden Fall immer mal den Kühler abschrauben. Den Kühler mache ich hier von innen auch noch mal mit einem Wattstäbchen sauber. Da habe ich ein bisschen Fensterreiniger drüber gemacht. Und da geht ganz schön viel Dreck ab. Das ist ganz schön eklig. Das ist mit Sicherheit feinster Staub und jede Menge Bakterien. Bei dem anderen Gerät, bei dem alten Pentium, hatte ich ja die Wärmeleitpaste auch noch erneuert. Und da war ja auch ein Aufkleber drunter, den da einer auf den Prozessor geklebt hat. Hier gibt es aber jetzt ein Problem. Und zwar dieser Kühlkörper hier, dieser goldenfarbene Kühlkörper. Der ist wohl auf die CPU draufgeklebt. Da fehlt eben der Bügel. Normalerweise gibt es hier einen Bügel. Der geht hier oben hinter den Kühler, geht hier runter und der rastet hier unten ein in diesen zwei kleinen Laschen. Die sieht man hier unten im Video. Und der fehlt hier. Der wurde hier draufgeklebt, dieser Kühlkörper. Hier links sieht man den Bügel. Da kann man den Prozessor aus dem Sockel herausnehmen. Wenn man hier aber jetzt mal genauer schaut, dann sieht man, dass dieser Kühlkörper über dem Bügel ist. Also man kann den Bügel nicht aufmachen und die CPU rausnehmen. Man muss erst den Kühlkörper abmachen. Der ist da wohl mit so einer Art Dauerklebemasse befestigt. Also so wie es scheint, haben die hier den Prozessor reingesetzt, den Bügel runtergedrückt und dann hier eine Masse aufgeklebt. Und haben den Kühler hier draufgeklebt. Man kann den Kühler ein kleines bisschen bewegen. Also die Masse scheint noch elastisch zu sein. Und das lasse ich auch mal so wie es hier ist. Weil die Kühlerpaste, die ich habe, die kann nicht kleben. Also die würde dann wieder abfallen. Die braucht so einen Bügel. Das ist ja auch der Normalfall. Das hat man eigentlich eher relativ selten. Und das lasse ich so wie es ist. Und mache den Kühler wieder drauf. Der Kühler, also der Ventilator hier, der ist jetzt wieder draufgeschraubt. Mal gucken. Das hält auch alles. Und so soll das bleiben. Wenn es die letzte Zeit, die letzten 23 Jahre gehalten hat, dann wird es wahrscheinlich auch nochmal 23 Jahre halten. Und hier drüben sieht man ein schönes Datei. Das sind die Kabel, die gehen vom Mainboard hoch an die Bedienknöpfe. Und da gibt es hier einen Stecker, der heißt Turbo Switch. Und dieses Gehäuse hat ja oben so einen Schalter gehabt, Turbo Switch. Und dieser Stecker hier, der ist auch gar nicht angeschlossen. Das hatte ich in einem anderen Video ja schon mal gezeigt und erwähnt. Und hier kann man auch nichts umschalten. Also bei alten Prozessoren, bei 386ern zum Beispiel, konnte man teilweise die Geschwindigkeit noch über so einen Schalter nochmal nachschalten. Da gab es entweder was Langsames und was Schnelles. Aber hat ja keiner benutzt. Jeder wollte ja einen schnellen Rechner haben. Und das war auch immer dann auf höchster Stufe. Jetzt noch eine neue Knopfzelle rein. Da habe ich das Ja drauf geschrieben. Wenn man da in den Rechner nochmal in zwei Jahren reinguckt, dann weiß man, wann die gewechselt wurde. Und muss mal ganz vorsichtig hier reinsetzen. Zack. Und da ist sie drin. Das ist wie gesagt teilweise ziemlich spröde. Es gibt auch zum Beispiel hier bei diesen Prozessorsockeln viele Sockel. Da reißen unten die Halter ab. Und die sind noch nicht mal so alt wie dieser Rechner. Ich gucke hier oben nochmal in das Netzteil rein. Den Netzstecker habe ich natürlich schon abgezogen, weil da ist immer auch sehr viel Staub drin. Und dann gucke ich mir nochmal die Kondensatoren an und die Lüfter, ob die auch okay sind. Das schraube ich mal auf. Das ist ein Netzteil von der Firma Aztek. Steht hier vorne drauf. Kenne ich nicht. Habe ich noch nie gesehen in den Rechnern. Das andere Netzteil aus dem Phobus-Rechner, das war ja eins von der Firma DTK. So sieht das Netzteil dann aus. Ist ganz schön staubig, aber nicht übertrieben staubig für diese Zeit. Also eigentlich für 23 Jahre relativ wenig Staub drin. Und sieht dann noch sehr gut aus. Natürlich hat der Rechner wahrscheinlich 20 Jahre irgendwo gestanden. Der wurde mit Sicherheit nicht dauerhaft benutzt. Und der Lüfter dreht sich noch ganz gut. Ich mache das mal sauber und baue das mal aus. Hier sehr praktisch. Der Lüfter, der ist mit einem kleinen Stecker hier auf die Platine gesteckt. Den kann man einfach so abziehen und ausbauen. Den Lüfter schraube ich mal hier raus. Und so sieht er von vorn aus. Da fällt schon der Staub raus. Hält sich auch in Grenzen, aber ich glaube den tausche ich auch aus, obwohl er sich recht gut dreht. Na, ich tausche ihn aus. Das ist jetzt mein neuer Ventilator. Der ist hier innen leider rot-schwarz. Da hatte ich jetzt keinen mehr gehabt. Ist genau der gleiche wie bei dem anderen S-Com-Rechner. Da habe ich jetzt einfach den Stecker hier von dem anderen abgemacht und habe den hier drangelötet. Und dann kann ich den hier einbauen. Muss man nur schauen. Da ist meist dann die Luftrichtung angegeben. Hier sind zwei kleine Pfeile drauf. Einmal der Ventilator dreht sich so rum und die Luft wird dann hier raus geblasen. Darf man nicht verkehrt rum einbauen. Bei diesem Netzteil sieht man auch sehr gut die 230 Volt. Hier unten kommt der Stecker rein, also der Netzstecker. Dann werden die 230 Volt hier oben an diese Buchse weitergegeben. Und hier dieses schwarze Kabel, das geht vor zum Schalter und da sind volle 230 Volt drauf. Hier ist auch noch mal eine Feinsicherung eingebaut. Das hat man bei den neueren Netzteilen eigentlich nicht mehr. Also da hätte ich schon seit 10, 20 Jahren keine mehr gesehen. Das war früher bei diesen alten AT-Netzteilen. Da hat man hier öfters eine Feinsicherung drin gehabt. Deckel wieder drauf. Bevor ich jetzt die Soundkarte einbaue, mache ich noch mal einen Funktionstest. Das hört sich schon mal sehr gut an. Der Lüfter hier unten dreht sich. Luft wird auch raus geblasen. Und hier kommt mit Sicherheit eine Fehlermeldung wegen dem Datum oder der Batterie. Mal schauen, ob die kommt. Und ich gehe mal hier ins BIOS und stelle das mal ein. Datum habe ich jetzt eingestellt, 2018. Und da gehe ich mal hier raus. Und Datum speichern. Da hört man auch die Platte. Die hat nochmal sich gesettet. Da hat es nochmal dieses initiale Klack gemacht. Mal gucken, ob jetzt immer noch eine Fehlermeldung kommt. Sollte er natürlich eigentlich nicht. Da ist eine neue Batterie drin. Nö, das funktioniert. Prima, klasse. Das Datum hat er akzeptiert. Auch schön, dass er das Datum, also die Jahreszahl 2018 akzeptiert hat. Man weiß nie, was so Programmierer da, frühe 90er, da so programmiert haben. Die dachten vielleicht, dass so ein Gerät ziemlich schnell auf dem Schrott landet, dass es nie so alt wird. Ich habe den Rechner ausgemacht und wieder runtergestellt. Und als nächstes kommt hier eine Soundkarte rein. Die nehme ich hier aus der Kiste raus. Diese Kiste hat mir ein Zuschauer zugeschickt. Vielen Dank. Toni aus dem Mühlenweg. Und ich gucke mal rein, was hier drin ist. Da sind jede Menge alte Computersachen drin. Hier habe ich ein Mainboard. Und da sind auch noch jede Menge alte Festplatten drin. Und hier ist auch noch ein Mainboard drin. Auch noch ein Mainboard. Und hier sind verschiedene Karten. Hier sind dann verschiedene Netzwerkkarten und Grafikkarten. Und auch hier sind zwei Soundkarten dabei. Das ist eine Vibra 16. Die hat hinten die entsprechenden Ausgänge. Hat auch noch ein Gameboard dabei. Das ist eine ISA-Karte. Und die Sachen waren natürlich viel besser verpackt. Die wurden jetzt nicht so verschickt. Keine Angst. Das habe ich nur alles schon mal ausgepackt. Und habe das mal so reingelegt, damit ich es schön griffbereit habe. Ich habe meine Soundblaster mal ein bisschen sauber gemacht. Und da hat es hier auch die Anschlüsse dran für das Laufwerk, für das Optische. Dass man Musik-CDs, also Audio-CDs, hier abspielen kann. Und kann dann die Daten hier übertragen und hier direkt abhören. Da gibt es dann hier verschiedene Kabel. Und da gucke ich mal, welches Kabel da passt. Das ist jetzt dieses Kabel. Das hat auf beiden Seiten den gleichen Stecker. Diesen schwarzen, vierpoligen Stecker. Und er kommt hier bei der Vibra hier auf diesen Anschluss drauf. In der Mitte ist Ground. Und der ist doppelt belegt. Deswegen fehlt hier einer. Das ist ganz normal. Hier gibt es nochmal einen alten Mitsumi-Anschluss. Und am besten hat man das früher immer schon mal hier so drauf gesteckt. Dann hat man gleich gesehen, ob das Kabel reicht. Und dass es hier nirgendwo in Kollision kommt mit anderen Sachen oder hier in den Lüfter reinkommt. Die Karte selbst, die ist von 1997. Das steht einmal hier unten drauf. Und das steht auch so bei Creative. Auf der Homepage kann man sich tatsächlich noch Treiber runterladen. Die habe ich mal runtergeladen, hier auf CD gebrannt. Ich hoffe mal, dass es a. die richtigen sind und b. die auch noch funktionieren. Und dann baue ich die Karte mal ein. Auf der Karte, da sind nur zwei Jumper drauf. Da kann man irgendwas jumpern mit Speaker Out. Aber das lasse ich so, wie es ist. Sonst braucht man ja keine Adressen einstellen. Das war ja teilweise notwendig früher gewesen. Und ich baue die hier unten mal ein und schraube die mal fest. Ich habe den Rechner jetzt eingeschaltet. Und beim Einschalten hat es aus den Lautsprechern mal geknackt. Also scheint das richtig angeschlossen zu sein. Die Lautsprecher, die stehen jetzt hier unter dem Tisch und die sind jetzt im Video nicht zu sehen. Und jetzt installiere ich mal den Treiber. Den Treiber habe ich hier auf CD drauf. Und das erst mal beenden. Jetzt startet Windows 3.1, aber ich glaube nicht, dass Windows 3.1 die Soundkarte direkt findet. Könnte aber sein, ich gucke mal, was da passiert. Aber da hat es keine Soundkarte gefunden, keine erkannt und natürlich auch keinen Treiber installiert. Ich versuche mal jetzt den Treiber zu installieren von der eingelegten CD. Das ist jetzt meine Festplatte, die da angezeigt wird. Und das sieht aber nicht gut aus. Im Laufwerk D ist kein Datenträger eingelegt. Da ist schon die CD drin. Ich klicke mal auf Wiederholen, aber die kann er nicht lesen, weil das ist eine selbst gebrannte CD. Ich hatte das Laufwerk ja in einem anderen Video getestet und da hat es funktioniert. Und das ist so ein typisches Problem, was man früher hatte. Da hat man ein Laufwerk gehabt, ein CD-ROM-Laufwerk. Und die waren nicht alle kompatibel zu gebrannten CDs. Manchmal wurden die nicht erkannt, je nachdem, mit welchem Programm man da drauf geschrieben hat. Und hier funktioniert das nicht. Muss ich wohl auf Diskette kopieren. Ich habe jetzt auf einem anderen Rechner den Inhalt von der CD, das waren zwei Disketten, die habe ich mir bei Soundblaster im Internet runtergeladen, auf zwei echte Disketten drauf kopiert und habe die Diskette jetzt hier eingelegt in dieses 23 Jahre alte, wahrscheinlich 20 Jahre nie benutzte Laufwerk. Und das funktioniert tatsächlich. Also es liest die Disketten einwandfrei und kopiert jetzt also den Treiber auf die Festplatte drauf, das ist immer ein bisschen sicherer und das geht dann auch nachher meistens bei der Installation ein bisschen schneller. Unter DOS hat man meistens keine Treiber gebraucht für eine Soundkarte. DOS-Spiele haben die Karte direkt erkannt. Die war dann immer auf einer bestimmten Adresse und auf einem gewissen IGRQ. Und ich installiere mal die Software, die dabei ist. Mal gucken, ob das DOS- oder Windows-Software ist. Eine Windows-Software konnte man natürlich damals auch nicht unter DOS installieren und umgekehrt auch nicht, beziehungsweise dann ist Windows in den DOS-Modus gegangen. Hier wird irgendwas von zusätzlicher Software gesprochen. Na gut, dann mache ich das mal. Und da wird direkt die Adresse abgefragt von der Karte, beziehungsweise das Programm hier. Das Programm von Creative hat die 220 als Adresse gefunden. Hat die Karte nicht gefunden, probiere ich mal eine andere Adresse aus. Das sieht gar nicht gut aus, hoffentlich funktioniert die Karte, hoffentlich ist die nicht kaputt. Ich habe jetzt aus dieser Kiste, die mir der Zuschauer zugeschickt hat, noch eine zweite Soundkarte rausgenommen und habe die eingebaut. Das war auch eine baugleiche Vibra 16. Das ist die Karte, die ich jetzt am Anfang hier drin hatte. Die habe ich wieder ausgebaut. Die wurde auch sehr warm, ist mir aufgefallen, um diesen Chip herum. Hier, das kann natürlich normal sein, kann natürlich auch ein Defekt hindeuten. Jetzt die andere drin und ich habe das Programm wieder gestartet und siehe da, da hat er direkt die Soundblaster gefunden. Diese Software von Creative für die Soundkarte, die installiert auch gleich die Windows 3.1 Treiber. Macht es aber nicht direkt, sondern das kopiert die Treiber in das Windows-Verzeichnis. Und jetzt macht es das. Das war natürlich früher auch immer eine ganz üble Sache. Da wusste man danach meistens nicht mehr so 100 Prozent, ob das Windows auch wieder richtig startet. Was danach passiert, ob es irgendeine geänderte Hardware findet oder direkt abstürzt. Hier möchte das Programm auch noch gleich die ConfigSys prüfen. Und jeder, der weiß, was eine ConfigSys früher war, der weiß auch, dass das auch so eine kritische Sache ist. Die ConfigSys und die AutoExecBud, da sind ja Programme drin, die mitgeladen werden beim Systemstart. Da wurden dann, wenn das falsch gemacht wurde, irgendwelche Hardware-Komponenten nicht mehr gefunden. Und das war immer so eine ganz heikle Sache hier. Hier sieht man die Dateien ConfigSys und AutoExecBud. Unten drunter dieser AutoExecBud. Das sind alles Befehle, die beim Einschalten, also nach dem Einschalten des Rechners abgearbeitet werden. Und wenn da irgendein falsches Programm drin war, nicht kompatibel, und dann hat der Rechner sich entweder aufgehangen, gab eine Fehlermeldung, hat nicht richtig gebootet, und dann musste man über eine Boot-Diskette das Gerät neu hochfahren und musste das hier wieder korrigieren. Da braucht man natürlich ziemlich viel Ahnung für. Und man hat sich immer regelmäßig Backups gemacht von dieser Datei AutoExecBud oder ConfigSys, weil die ja gern von irgendwelchen Programmen manipuliert wurde. Hier habe ich die AutoExecBud im Editor geöffnet und schalte mal dieses S-Com-Programm aus. Da schreibe ich einfach ein RAM davor und speichere das wieder ab. Und jetzt kann ich den Rechner neu starten. Einfach mit STRG-ALT entfernen auf der Tastatur. Und dann bootet der Rechner neu, diesmal ohne dieses S-Com-Menü. Und mal gucken, ob Creative da irgendeine Software mit reingeschrieben hat. Ich hatte zumindest keine gesehen. Jetzt startet er natürlich zuerst mal MS-DOS, testet den Speicher, den erweiterten, lädt den Treiber für das CD-ROM-Laufwerk. Das hat auch mal eine ganze Weile gedauert. Und ja, hat er gemacht. Fertig. Und ich starte mal Windows 3.1. Beim Hofhahn hat Windows 3.1 jetzt natürlich keine Soundkarte gefunden. So richtig Plug-and-Play war das auch nicht. Manchmal war das der Fall bei bestimmten Druckern, kann ich mich erinnern. Die wurden dann direkt gefunden. Und ich gucke mal jetzt in dieses Verzeichnis SB16. Da wurde ja Software rein installiert. Da gibt es auch eine Datei, die heißt Diagnose.exe. Und da konnte man oder musste man natürlich seine Hardware erst mal testen. Und das ist jetzt das Programm, was auf der Diskette drauf war. Natürlich nur Englisch, war damals so üblich gewesen. Da musste man erst mal die Adresse und den MIDI-Port sich raussuchen von der Soundkarte. Bis jetzt wissen wir ja immer noch nicht, ob die überhaupt funktioniert. Dann IRQ. Also ein Interrupt. Okay, dann muss man noch hier diesen DMA-Channel-Low und dann gibt es hier noch den DNA-Channel-High. Also ein tierisches Gefrickel ist das. Und jetzt erst kann ich die Soundkarte testen. Entweder 8-Bit digitaler Sound oder 16-Bit. Ich mache mal 8-Bit. Und einmal links, einmal rechts. Ich bin testen. Hat funktioniert. Ich bin testen. Der andere Kanal, also der andere Lautsprecher auch. Also Stereo ist es schon mal. Ich bin testen. Das sind jetzt beide Kanäle. Also meine Soundkarte funktioniert. Und ich teste nochmal den 16-Bit-Sound. 16-Bit-Testing. Das hat ein bisschen geklappert, das lag aber an den Lautsprechern. 16-Bit-Testing. Also hier habe ich auf jeden Fall eine funktionierende Soundkarte unter DOS schon mal. Und jetzt brauchst du noch den Windows-Treiber. Aber an der Stelle sage ich nochmal vielen Dank, Toni, für die Sachen. Also eine Soundkarte funktioniert. Die andere leider nicht. Schade drum. Ist ja eine super Soundkarte. 16-Bit-Testing. Jetzt ist unter DOS ja der Treiber installiert. Jetzt muss er noch unter Windows installiert werden. Das musste man nochmal extra machen. Und ich zeige mal, wie das geht. Ich habe ihn jetzt installiert. Ich musste mir das auch mal ein bisschen auffrischen. Und Windows 3.1.1 ist jetzt gestartet. Wie gesagt, ich hatte den Treiber installiert. Was man eben gehört hat, war der Startsound. Das war natürlich ein bisschen mickrig bei Windows. Und bei Windows 95 haben sie das Problem ja behoben. Da hat man schon einen besseren Startsound. Der hört sich auch ein bisschen professioneller an. Und ich zeige mal, wie man hier den Treiber installiert. Bei Windows 3.1 gab es schon die Systemsteuerung. Die ist hier ganz oben rechts zu sehen. Und die wird ja bei Windows 10 gerade so ein bisschen abgeschafft. Ich klicke mal hier drauf und öffne das mal. Und da sieht man verschiedene Menüpunkte, was man da in der Systemsteuerung einrichten kann. Einmal hier Klänge. Dann gibt es hier Treiber. Dann gibt es hier Drucker, die kann man einstellen. Bei Windows 3.1 oder 3.1.1 ist ja praktisch das Gleiche. Da wird also auch nichts automatisch erkannt. Also Plug & Play heißt es zwar oft. Aber praktisch gibt es Plug & Play da nicht. Und ich gucke mir mal hier an, was es hier für Sounds gibt. Die Sounds waren hier sehr übersichtlich. Da habe ich einen Sound für ausgehenden Anruf. Für eingehenden Anruf. Dann für Frage. Hinweis. Kritischer Abbruch. Da haben die sich nicht viel Mühe gegeben. Das ist alles der gleiche Sound. Und man konnte aber da natürlich auch Soundpakete von anderen Anbietern dazukaufen. Zum Beispiel von Data Backer. Die haben da Disketten angeboten. Da waren verschiedene Sound-Schema drauf. Und die konnte man dazu installieren. Da war das nicht mehr ganz so monoton. Und den Treiber installiert man hier bei Windows 3.1 unter dem Punkt Treiber. Und das muss man in allermeisten Fällen auch per Hand machen. Also man klickt hier auf Hinzufügen. Das hatte ich eben getan. Das hat eine ganze Weile gedauert. Und muss entweder sich dann hier die Karte auswählen. In meinem Fall ist es hier eine Creative Labs Soundblaster 1.5. Oder wenn man eine Diskette hat, dann muss man hier oben drauf gehen. Ich zeige mal, wie man den Soundblaster Treiber bei Windows 1 hier installiert hat. Der funktioniert auch mit den meisten Soundblaster Karten. Klickt man hier auf die Karte 1.5. Und dann sage ich hier, da hat es schon einen gefunden, sage ich neuer Treiber. Und dann beginnt auch schon die Katastrophe bei Windows 3.1. Dann fragt es hier, wo ist der Treiber? Der Treiber ist natürlich genau da, wo auch Windows 3.1 installiert ist. Oder wo diese Quellen des Ketten liegen. Also es will diesen originalen Datenträger haben. Das war natürlich von Rechner zu Rechner verschieden. Hat man Windows 3 eventuell von der CD installiert. Oder bei Windows 95 war das ja noch genauso. Dann musste man die CD wieder einlegen. Deswegen hat man es vorher besser auf Platte kopiert. Und das wusste auch hier S.Com. Ich klicke mal auf Durchsuchen. Und diese ganzen Treiber, die lagen irgendwo auf der Platte. Und hier bei diesem S.Com Rechner ist das in dem Ordner Org Files. Und da sieht man S.Com Sys. Ob 1, ob 0, was das bedeutet, weiß ich auch nicht. Das weiß wahrscheinlich nur jemand, der damals bei S.Com gearbeitet hat. Also wenn hier das Video einer sieht, kann er das gerne mal in die Kommentare schreiben. Das würde mich mal interessieren, warum das so heißt. Weil der Benutzer, der Vorbesitzer hier, von dem ich das abgekauft habe, der hat das bestimmt nicht gemacht. Da muss man hier in Disk 5 gehen. Windows 10, nein, pardon. Windows 3 bestand ungefähr so aus 10 Disketten hier. Und da muss man auch noch die richtige Diskette wissen. Jetzt lädt er einen Treiber aus diesem Verzeichnis raus. Und fragt wiederholt nach dem Ordner. Und das ist so ein typisches Windows-Problem. Das gab es auch bei Windows 95 und Windows 98. Man hat irgendeinen Treiber installiert, hat gesagt, der Treiber ist hier und da. Ganz egal, ob das Kette oder Festplatte oder ob das von einem CD-ROM war. Und es hat aber immer öfter mal nach der Quelle gefragt und scheint irgendwie die Quelle wieder vergessen zu haben. Und da muss man mehrmals immer draufklicken. Jetzt muss ich auch noch hier sagen, was das für ein Anschluss ist. Es ist 220, 5. Das hat mir das Programm ja vorher gesagt. Es ist Diagnose-Programm. Jetzt gibt es hier noch eine Warnung, dass es bessere Treiber gibt. Und jetzt will es wieder wissen, wo die Treiber liegen. Und das ist wieder in diesem Ordner Org-Files. Ob 1, Disk 5. Und so setzt sich das dann fort. Und das muss man so lange machen, bis es endlich alle Treiber kopiert hat. Windows 3.1 hat jetzt alle Treiber kopiert. Jetzt will es natürlich wie immer einen Neustart. Diese Neustart-Geschichte, die hat man ja ziemlich lange gehabt. Bis zu Windows 2000 XP, denke ich mal, auch noch. Man vergisst so vieles wieder. Und bei Windows 10 geht es ja halbwegs. Das will nicht dauernd neu starten. Bestenfalls mal nach dem Update. Und jetzt haben wir auch eine Soundkarte unter Windows 3.1. Viele, die damals einen Rechner hatten, Anfang, Mitte der 90er mit DOS und Windows 3.1 drauf, die hatten gar keinen Treiber installiert unter Windows 3.1. Oder man brauchte das ja auch nicht. Da gab es auch keine Fehlermeldung. Wenn man eine Soundkarte hatte und keinen Treiber installiert hatte. Weil viele Software hat einfach keine Soundkarte benutzt. Die Sounds sind jetzt auch nicht so überwältigend gewesen. Internet gab es auch keine Videos. Das gab es sowieso nicht. Und die meiste Software, Excel Word, das war eine reine Office-Software, die hat auch keine Klänge produziert. Also eine Soundkarte war damals was für Gamer gewesen. Und viele DOS-Spieler haben die Karte auch ohne diesen Treiber-Schnickschnack hier erkannt. Und die hatten quasi ihre eigenen Treiber dabei und hatten auch natürlich dann ohne diesen Treiber funktioniert. Hatte ich in einem anderen Video mit einem anderen S-Com-Rechner ja schon mal gezeigt. Und zeige ich dann in einem anderen Video mit diesem Rechner dann auch. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, gebt ihm einfach einen Daumen hoch. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Dieses Video zu machen hat tierisch lange gedauert. Genauso war das damals auch mit der Installation von Hardware gewesen, von Soundkarten. Oder wenn man halt seinen Rechner aufgeschraubt hat und hat irgendwas umgebaut, hat RAM aufgerüstet. Das war nicht so einfach, wie das heute war. Heute einfach alles Plug and Play. Wenn man da irgendein Gerät hat, ein USB-Gerät, steckt man das dran. Gerade bei Windows 10 lädt sich die Treiber aus dem Netz runter. Oder meistens braucht man da keine Treiber mehr, direkt zu installieren von irgendeiner CD oder geschweige denn von Diskette. Und meistens klappt es ja dann auch, natürlich nicht immer. Aber damals war das ein echtes Gefrickel. Und ich habe hier mehrere Stunden gebraucht, um die Soundkarte einzubauen, um ein Kabel zu finden. Gut, dann muss man natürlich noch sehen. Das war ja noch eine Menge Zeit jetzt hier für den Lüfter und auch hier oben das zu wechseln. Aber damals war das Installieren von Hardware echt mühsam, hat keinen Spaß gemacht im Gegensatz zu heute. Also heute sind die Probleme wesentlich geringer als damals bei solchen Rechnern. Wenn ihr noch Fragen habt, dann schreibt die einfach unten in die YouTube-Kommentare. Da antworte ich gerne drauf. Wenn ihr noch weitere Informationen habt, irgendwelche Links zu S-Komm, zu irgendwelchen Soundkartentreibern, schreibt die einfach auch unten rein. Das lese ich mir immer gerne durch und ist mit Sicherheit interessant für andere. Und schaut mal unten in der YouTube-Videobeschreibung. Da findet ihr noch weitere Tipps und Tricks zu dem Thema, zum Thema Retro, zu anderen Retro-PCs. Natürlich auch zu neuen PCs, zu Windows 10, Notebooks, Druckern und so weiter. Besucht auch hier drüben mal die Seite tooltime.de. Da findet ihr noch hunderte andere Videos und Beiträge zum Thema Notebooks, Handys, Monitore. Da findet ihr Bilder, Tipps und Tricks, Links, Beschreibungen. Schaut euch einfach da mal um. Da sind mit Sicherheit auch noch jede Menge Sachen für euch dabei. Hier blende ich noch ein paar andere Videos ein auf dem YouTube-Kanal. Da seht ihr dann, wie man Notebooks auseinanderbaut, repariert. Wie man Windows 10 installiert, Festplatten klont auf SSDs oder Windows 10 Probleme behebt. Da seht ihr, wie man andere Drucker auseinanderbaut, Druckköpfe reinigt und entstandsetzt von Canon, Brother und so weiter. Schaut euch einfach mal um auf dem YouTube-Kanal. Da sind auch noch jede Menge Videos für euch.